Der Shutterstock Agency Cup steht vor der Tür, das größte Besäufen, äh, Fußballturnier der Werbebranche. Und da kann man ja von den Agenturen an Sonderwünschen so einiges erwarten. Aber wie weit kann man wirklich gehen? Das finden wir jetzt einfach mal raus, ne? Hallo? Hier ist Markus von der Agentur Pilot. Hi, ne? Es geht um den Agency Cup, ne? Ja. Ich wollte euch noch zwei wichtige Infos durchgeben. Ja. Wir Piloten sind ja dieses Jahr unter dem Motto Zirkus dabei. Ja. Das weißt ja alles schon, bunte Kostüme, Clowns und so weiter. Jetzt kommen aber noch zwei Extra-Knaller. Erstens, wir wollen einen exklusiven Drahtseilakt aufführen. Dafür werden wir ein Hochseil zwischen zwei Feuerwehrleiterwagen über dem Fußballgelände spannen. Okay. Da wird dann ein Kollege in 45 Metern Höhe eine circa 100 Meter lange Strecke freihändig balancieren. Wow. Gut, das mit der kompletten Strecke hat jetzt bisher noch nicht geklappt, aber im Notfall Sanitäter und sowas sind ja da, oder? Ja. Alles klar, super. Das wäre das Erste. Und dann wollte ich nochmal fragen, wie organisieren wir das jetzt mit Sandra? Mit Sandra? Ja. Wer ist denn jetzt Sandra? Ach, das hat man dir noch gar nicht gesagt. Sandra ist unser nordafrikanisches Langhaarkamel, das wir mit der Zirkus-Truppe mitbringen. Echt jetzt? Ja. Also... Wir haben Sandra jetzt exklusiv vom Tierpark Hagenbeck ausgeliehen. Könnten wir da eventuell einen Tierwaggon an den Sonderzug anhängen? Für den Transport. Das muss ich mal abklären, das müssen wir ja dann extra bestellen. Die Frage ist nur, wie transportiert ihr das Kamel vom Bahnhof bis zum Center Park? Na, wir laufen. Laufen, alles klar. Na, so ein Kamel hat ja schon ganz andere Strecken in der Wüste zurückgelegt. Ja. Sag mal, im Center Park bei der Unterbringung, dürfen wir die dann einfach da vor den Bungalows grasen lassen, oder? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, dass ich das kläre mit dem Drahtseilakt Tierwagentransport und Unterbringung im Center Park. Ja. Was plant ihr dann auf dem Turniergelände mit ihr? Wegen den ganzen Betrunkenen dort. Mache ich mir gerade Sorgen nicht, dass die Sandra da irgendwann aufgebracht ist. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Also die kriegt von uns immer schon so ein bisschen Wodka untergemischt beim Wasser, damit die auf Pegel ist bis Juni, ne? Cool. Das muss klappen, ne? Also das ist ja jetzt alles schon mit Hagenbeck auch eingetütet. Ja, ja, klar. Kämpf kommt. Ja? Sehr cool. Hammer. Dich kann man ja mit nichts schocken, was? Können wir sogar ein besoffenes Kamel mitbringen, ja? Ja, richtig. Ich bin auch direkt zum Vorstand gerannt. Die fanden die Idee auch cool.